Was geht Leute, mein Name lautet Danny B-B-B-Bernic Willkommen zu einem neuen Video von mir Heute spielen wir die erste Map des neuen Map-Packs hier in Call of Duty Ghosts Namens Nemesis, nennt sich das Map-Pack Und link in der Beschreibung zu GameKeyForMe für günstige Spiele-Keys Und dann lasst uns beginnen So, die erste Map auf der wir spielen ist Sub-Zero Mein Team ist ab Verlieren Und, äh, da hinten ist einer Oh shit, was? Hä, wie hab ich's denn nicht gesehen? Ach Gottchen, ähm, dazu muss ich noch sagen, sorry für das Gameplay jetzt Ich weiß sowieso, dass es im Moment schlecht sein wird Ich glaub, ich weiß, das ist die falsche Einstellung, etc, etc, etc Aber ich kenn die Map zum einen nicht Und das Spiel hab ich schon lange nicht mehr gespielt Also wirklich lange nicht mehr Weil, wenn mir ein Spiel jetzt nicht so viel Spaß macht Dann werd ich mich natürlich auch nicht zwingend erst spielen Und bei dem, ja, ich denke, das ist klar, ne? Wow, alter Schwede, okay, anscheinend Oha, wo bin ich hier? Äh, scheiße, die haben Heli Okay, 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 okay Oh, die haben sogar ein Juggernaut What the fuck, wo bin ich hier gelandet? Wollte mich verarschen? Komm her, mein Freund Ja, das ist richtig, Bitch Mach Sitz So Ihr könnt mir gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben Äh, über das Map Pack Oh, shit Oh, hab ich das lange nicht mehr gespielt Also, naja, was soll ich sagen, ne? Wenn man ein Spiel lange nicht mehr spielt Dann wird man halt nun mal richtig schlechten Das ist halt nun mal so Kann ich dann leider auch nicht ändern Nein, was? Okay, mit der Honeybacker Gut, dann nehmen wir Ja, bleiben wir weiter weg Boah, ich will nicht mal meine Waffe wechseln Eigentlich, äh, kein schlechter Eindruck Also, der erste Eindruck Der allererste Eindruck Ist gar nicht mal so schlecht Ihr müsst bedenken, ich kenn die Maps gar nicht Äh, ja Ich geh mal hier lang Ah Wow Alter Schwede Ich glaub, ich sollte mehr meinen Scaf einsetzen Hab das immer noch nicht so drauf, hab ich das Gefühl Oh, mein Gott, es ist kompliziert Oh, mein Gott, es ist kompliziert Ich weiß gar nicht, was hier vor sich geht Die Map ist so Ich halte, ich muss die Tags aufheben Nein, ich bin... Nein Oh, mein Gott, sein Hund Gut, jetzt kommt mein Hund raus Komm, mein Hund Wir zerstören sie alle Wir werden übrigens alle Maps einmal spielen Alle Maps Komm, zerstört Ja, die sind... Now, was? Ja, definitiv, was das Spiel ever Oh je Also, so eine Schneemap irgendwie Ich weiß nicht Was das genau sein soll Übrigens, eine Map ist auch ein COD4 Remake Was ziemlich cool ist So, mein Freund Oh Gott, ich muss dieses Spiel auf das Spielen So, das war... Das war das Gameplay Ähm, ja Erster Einflug ganz in Ordnung Wie gesagt, ich kann das Spiel nicht mehr so oft spielen Aber wir machen auf jeden Fall ein Playthrough Durch die ganzen neuen Level Das war das erste Level Lasst mich in den Kommentaren und in der Bewertung wissen Wie ihr das Spiel fandet Ich meine, allgemein die Map fandet Äh, ja Der eine hatte 0 zu 20 Ich weiß nicht, was da los war Äh, genau Und dann hoffen wir, dass wir beim nächsten... Bei der nächsten Map ein volles Spiel sehen werden Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal.